Ich möchte die Welt verändern. Ich möchte einen Beitrag für eine bessere Welt haben. Ich möchte einen Unterschied ausmachen in meiner Umwelt. Ich möchte nicht nur einfach so gelebt haben, ohne dass mein Leben irgendeine Bedeutung gehabt hätte für irgendjemanden. All dies sind Gedanken, die wir haben sollten, die wir eigentlich auch mehr oder weniger regelmäßig haben. Und wie können wir diesen Gedanken zur Realisierung verhelfen? Wie können wir nach vorne kommen, wenn es darum geht, die Welt zum Besseren zu verändern? Zunächst einmal, liebe Geschwister, wollen wir fünf Einstellungen an uns verändern. So wie jedes Gerät, jede Beschaffenheit hat einige Einstellungen. Wenn man diese ändert, dann ist die Wirkungsweise eine andere. Und wir wollen unsere Einstellung in fünf Punkten ändern mit Allahs Erlaubnis. Zunächst einmal, liebe Geschwister, sagt Allah Ta'ala im Koran Und ich habe die Jinn und die Menschen nicht erschaffen, außer dass sie mir dienen mögen. Ich habe sie nur dazu erschaffen, mir zu dienen. Unsere erste Einstellung, die wir also innerhalb uns verinnerlichen mögen, ist, dass wir erstmal Bedienstete sind. Wir sind Diener. Wir haben hier keinen Freischein, kein All-You-Can-Eat, kein Einmal-Bezahlen-und-alles-Mögliche-Machen. Sondern wir sind hier, in diesem Leben, als Bedienstete. Und Abtabari, nur gesagt, mit ihm zufrieden sein, er kommentierte diesen Vers weiterhin, dass er sagte, in Allahs Worten verfassend, also aus Allahs Sicht gesprochen, und ich habe die Glücklichen unter den Jinn und den Menschen nur dazu erschaffen, mir zu dienen. Das ist erstmal ein großes Glück, das zu erkennen. Und die Glücklichen in der Schöpfung von Allah Ta'ala, diese werden dazu finden, Allah Ta'ala dienen zu dürfen. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, er selbst war ein Diener gewesen. Er selbst war ein Abd gewesen. Allah Ta'ala nennt ihn auch so im Koran. Und preis sei dem, der seinen Diener von der geschützten Moschee zur Fernsehen-Moschee reisen ließ. Und wie nannte Allah Ta'ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, er nannte ihn einen Diener. Und selbst im Rahmen der Wahl, wählte der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ein Diener zu sein. Eines Tages saß er mit Jibril, alayhi wa sallam, und sie schauten in den Horizont. Und Jibril bemerkte, dass soeben ein Engel herabstieg, der seit seiner Schöpfung darauf wartete, abzusteigen. Das heißt, es geht um etwas Wichtiges, was wir nun vernehmen werden. Und dieser Engel, er kam zum Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nur mit einer Frage, mit einer Wahl. Möchtest du ein König und Prophet sein, oder möchtest du ein Diener und Gesandter sein? Jibril, alayhi wa sallam, er sprach, was er zu sprechen hatte, er gab weiter, was Allah Ta'ala ihm zum Weitergeben mitgab. Er sagte, oh Muhammad, sei bescheiden gegenüber deinem Herrn. Und Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, er sagte, ich wähle es, ein Diener und ein Gesandter zu sein. Das heißt, selbst im Rahmen des Möglichen, Sulaiman alayhi wa sallam, Dawud alayhi wa sallam, sie waren Propheten gewesen, denen Allah Ta'ala allerdings auch die Herrschaft, also das Königreich mitgegeben hatte. Aber der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, er wählte es zu dienen. Und dies sehen wir in seinem Alltag. In seinem Alltag. Aisha wurde gefragt, möge Allah mit dir zufrieden sein, wie verhielt sich der Gesandter, sallallahu alayhi wa sallam, als er zu Hause gewesen war. Aber natürlich wollten die Propheten und Gefährten wissen, wie war er auch zu Hause. Weil außerhalb des Hauses haben sie ihn ja ständig auch beobachten und ihm folgen dürfen. Und sie sagte, dass er stets im Dienste der Bewohner seines Hauses war. Fi khidmati ahlihi. Fi khidma. Im Dienst stehend. Und er half beim Bau der Moschee. Und er kümmerte sich um die Alltäglichkeiten des Lebens. Wie auch um die großen Aufgaben, die Allah Ta'ala ihm mitgegeben hat. Der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, er verstand sein Leben als Dienst. So wie Allah Ta'ala es ihm vorgegeben hat. Aber gleichzeitig in allen Bereichen des Lebens. Keinen einzigen Lebensbereich, den der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ausließ, um darin ein Diener, ein Bediensteter zu sein. Jemandem etwas anderes zu ermöglichen. Und die Lektion, die wir weiterhin mitnehmen mögen, liebe Geschwister, ist, dass entweder werden wir Diener Allah Ta'alas sein, oder, jetzt denkt man ja, oder man wird irgendwie feiern, oder man wird irgendwie frei sein. Nein. Das Gegenteil vom Diener sein, bedeutet, ein Sklave zu sein. Wir haben ansonsten keine andere Wahl. Der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, er verfluchte beispielsweise denjenigen, der Diener vom Dirham und vom Dinar ist. Ja, vom Euro und vom Cent. Vom Dollar und vom Cent. Von jeder Währung dieser Erde. Ja, nimmt die Hauptwährung, nimmt die kleinere Währung. Dieser Mensch, der dem Geld dient, er ist verflucht. Und verflucht ist derjenige, der Diener vom schönen Gewand ist, wie der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam. Und der Koran, liebe Geschwister, da wir vielleicht in einem Zeitalter leben, was weniger den Götzen dient, weniger den sichtbaren, anfassbaren Götzen, der Koran erwähnt auch, dass es andere Formen des Götzendienstes gibt, wenn er beispielsweise spricht in der 45. Suche, Hast du denjenigen gesehen, der seine Begierden zu seinem Gott nimmt? Der seine Begierden zum Gott nimmt? Was macht Allah ta'ala mit ihm? Er versiegelt. Er versiegelt ihm sein Gehör und versiegelt ihm sein Herz, was auch ein Wahrnehmungsorgan ist. Und er legt über seinen Blick einen Schleier, über sein Augenlicht, über sein inneres Augenlicht, einen Schleier. Das ist das Schicksal derjenigen, die trotz Wissens, die wissen, es gibt Rechtsleitungen da draußen, die aber ihre Leidenschaften zum Gott erheben, das Schicksal derjenigen ist, dass sie nicht mehr von ihren Sinnesorganen profitieren können. Weder von ihrem Gehör, noch von ihrem Augenlicht, noch von ihrem Herzen. Und erst dann, wenn diese Person davon ablässt, ihren eigenen Leidenschaften zu folgen, erst dann wird Allah ta'ala weiterhin auch diese Person recht leiten. Wer sollte ihn außer Allah wohl richtig führen? Wollt ihr euch da nicht ermahnen lassen? Oh Allah, wir wollen. Oh Allah, wir wollen. Ein großes Problem, was wir haben, wir dienen Allah dann, wenn wir Lust dazu haben. Wir nutzen beispielsweise den Ramadan, um uns für unsere Arbeit zu erholen. So eine spirituelle Pause und dann wieder richtig arbeiten. Dann geht es wieder richtig los. Wir beten, wir stehen auf morgens, wenn wir dazu Lust haben. Ah, am Wochenende, da habe ich mal Lust zu beten. Da stelle ich mir mal den Wecker. Aber unter der Woche, da bin ich dann am Anfang, am Morgen so unausgeglichen, schlafe ich lieber aus und bete vielleicht nachgeholt oder ich bete vielleicht gar nicht. Wir dienen Allah oftmals, wenn wir Lust dazu haben. Aber kehren wir zurück zur Bedeutung von Abt. Kann Diener bedeuten, kann aber auch Sklave bedeuten. In der Mehrzahl wird Abit, mehr im Zusammenhang von Sklaven bedeuten, verwendet und Ibad im Sinne von den Dienern Allahs. Wa Ibadur Rahman, Ya Ibadi. All diese Anreden im Koran sind etwas geehrter, zumindest einige von ihnen, in Bezug auf das Wort Ibad, also derjenige, der sich bewusst dazu entscheidet, Allahs Diener zu sein. Im Gegenteil zum Worte Abit. Aber unabhängig davon, so oder so, ob man nun bedienstet ist, ob man nun ein Diener ist, bewusst oder unbewusst, freiwillig oder unfreiwillig, wir sind gebunden. Wir können uns nicht aussuchen. Und genauso auch, liebe Geschwister, in Sachen Gemeindearbeit. Der Einsatz für die Gemeinde, der Einsatz für den Bruder, für die Schwester, für die Familie. Oftmals ist es so, dass wir nur die Rituale, das Gebet und das Fasten, etc. als eine Pflicht nehmen und sagen, ja, da habe ich keine Wahl. Aber in vielen anderen Fragen, die sagen, ja, ich habe keine Lust dazu. Subhanallah, das ist genau seine Pflicht. Bruder, Schwester, all diese Aufforderungen von Allah Ta'ala, die unseren Alltag auch betreffen, unsere zwischenmenschliche Beziehung betreffen, die die Unterstützung Allah Ta'alas Sache betreffen, all dieses ebenso als Pflicht zu nehmen. Deswegen segnet Allah Ta'ala auch denjenigen, der eine kleine Aufgabe, ein, zwei Mal in der Woche verantwortet in der Gemeinde. Mehr als denjenigen, der drei, vier, fünf Mal zum Moschee kommt in der Woche, aber der keine Verantwortung trägt. Und wenn er mal keine Lust hat, dann bleibt er mal zwei Wochen weg. Weil die Verantwortung zu tragen, das bedeutet, eine Charakterprägung zu bekommen, die man ansonsten durch nichts in dieser Welt, liebe Geschwister, bekommt. Und das ist eine sehr wichtige Lektion, von welcher auch der Lebenserfolg insgesamt stark abhängt. Wir wollen also Allah Ta'ala auch dann dienen, wenn wir keine Lust dazu haben. Wenn es uns mal gerade nicht gefällt, weil wir uns auch als Diener Allah Ta'ala verstehen, beziehungsweise auch als Sklaven, wenn wir sagen, wir haben keine Wahl. Das ist ein Gebot, ob ich will oder nicht. Zum anderen, liebe Geschwister, so ist ja die erste wichtige Lektion in Sachen Einstellungsänderung. wir sind Diener. Und wenn wir nicht Diener sind, dann verstehen wir uns als Sklaven, die etwas machen müssen, keine Wahl haben. Weil entweder sind wir die Diener von Allah oder wir sind die Sklaven unserer eigenen Begierden. Wir müssen uns davor schützen, Sklaven unserer eigenen Begierden zu sein. Die nächste Einstellung, die wir in uns ändern mögen, dass wir die gottesdienstlichen Handlungen als Last verstehen. Beispielsweise die Gebete. Dass wir sagen, ja, morgens muss ich aufstehen und dann mittags und nachmittags und am Abend irgendwie in meinen Tagesablauf einbauen. Und nachts, vielleicht ist es am leichtesten, wenn man sagt, ja, vorm Schlafen gehen einfach, wenn man bereits alles erledigt hat. Aber der Schaitan wird auch demjenigen eine Ausrede geben und sagen, ja, du bist doch so müde, willst du nicht lieber Allah Ta'ala dienen, wenn du ein bisschen wacher bist, schlaf dich erst mal aus. Wir kennen die Wege des Schaitans, sie sind vielfältig. Wir betrachten es als Last. Wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam die Gebete betrachtet? Seien wir ganz ehrlich. Wir versuchen immer ganz ehrlich zu sein. Wenn ich das jetzt denke, okay, jetzt, aber sonst nicht. Nein, wir versuchen durchgehend ganz ehrlich zu sein. Er war unterwegs mit Bilal und mit anderen Propheten, die Gefährten und die Zeit zum Gebet ist gekommen. Und er sagte zu Bilal, arihna biha, dass er zum Gebet rufen soll und in diesem Wort arihna ist so viel mit drin. Al-mirwaha, der Ventilator, der Fächer hat auch dieselbe Wurzel. Stellt euch mal einen Fächer vor im Sommer. Einen Ventilator, der für euch weht im Sommer. Ein frischer Wind, ja, arihna biha. Das bedeutet, befreie uns durch das Gebet. Erleichtere uns durch das Gebet. Erfrische uns durch das Gebet. Erhole uns durch das Gebet. Al-istiraha, was auch Atmen bedeutet, ja, Luft, ja, all dies durch das Gebet. Aber unsere Einstellung ist oftmals nicht arihna biha, arihna minha, befreie uns von dieser Sache. Wir sagen, ah, jetzt muss ich noch beten. Ah, erst beten, dann entspannen. Aber es ist eine Einstellung, die, wenn wir sie ändern, unser komplettes Leben ein anderes sein wird. Und das sind diese Feinheiten der prophetischen Worte. Wir werden auch noch andere Feinheiten der Sprache Allah Ta'ala heute miteinander durchgehen, biiznillah. Aber diese Feinheiten, sie ändern das Leben, weil es eine Einstellung bedeutet. Ebenfalls Dinge, die uns auferlegt werden, beispielsweise das Spenden. Fällt uns nicht leicht zu spenden, weil wir haben eine gewisse Beziehung zum Geld, wenn wir zugeben. Ja, wir mögen Allah Ta'ala uns das Geld in den Händen und nicht in den Herzen geben, aber viele haben es von uns einfach ein Stück weit in den Herzen. Deswegen fällt es nicht leicht. Es fällt nicht leicht. Wie sollten wir dies betrachten, liebe Geschwister? Kehren wir zurück zum Koran. Und so nimm von ihrem Vermögen die Spende, das war an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gerichtet, du reinigst sie und läutert sie damit. Das heißt, die Spenden, alle unser Einsatz, den wir tun, er bedeutet für uns eine Reinigung. Das heißt, was vorher verdreckt gewesen ist, was vorher schmutzig gewesen ist und Dreck und Schmutz geht immer auch mit einer Gefahr einher, mit einer Krankheit, mit einer Verdorbenheit, mit einer Fäulnis. All dieses jetzt gereinigt und sicher. All dieses gereinigt und sicher. Das heißt, in den gottesdienstlichen Handlungen sollen wir unsere Befreiung, unsere Erlösung, unsere Erfrischung, unsere Erholung, unsere Erleichterung suchen und wir sollen darin auch eine Reinigung von uns selbst und von unserem Vermögen sehen. Das waren die Lektionen 2 und 3 in Sachen Einstellung. Wenn es darum geht, Gutes zu tun, liebe Geschwister, und das ist die vierte Lektion in Sachen Einstellungen, sollen wir uns in dieser Gesellschaft nicht als einzelne Gruppe betrachten. Der Prophet sagt, sallallahu alayhi wa sallam, das Gleichnis derjenigen, die Allah ta'ala das Befehlen gehorchen und denjenigen und derjenigen, die Allah ta'ala das Befehle nicht gehorchen, ist wie das folgende. Menschen, die per Los bestimmt haben, wo sie auf einem Boot den Aufenthalt haben werden, und die Menschen, die im Unterdeck Platz genommen haben, sie gehen hoch und wollen Wasser holen, aber stören fleischend ein, so beim Durchgehen und deswegen entschließen sie sich dazu, dass sie nach unten gehen, eine Axt nehmen und ein Loch in das Schiff reinhauen, damit dann das Wasser rauskommt. Und der Prophet sagt, sallallahu alayhi wa sallam, wenn diejenigen vom Oberdeck nicht drauf achten, was diejenigen im Unterdeck machen, dann werden alle untergehen. Und hier gibt es eine Menge zu tun in dieser Gesellschaft. Interessieren uns die Kindergärten? Interessieren uns die Schulen? Interessiert uns die Gesundheitsversorgung? Interessiert uns Qualität draußen in der Wirtschaft? der Lebensmittel, die verkauft werden, der Restaurants etc.? Interessiert uns eine sichere Nachbarschaft? Ganz viele Dinge, die unser Leben hier betreffen. Entweder werden wir aktiv oder wenn wir inaktiv sind und das ist das, was der Prophet sagt, sallallahu alayhi wa sallam, die im Oberdeck, die haben nichts gemacht. Die hätten sich kümmern müssen um diejenigen, die unten Wasser haben müssen, Wasser brauchen, hätten das irgendwie organisieren müssen. Die Untätigkeit allein genügt dazu, dass man untergeht. Und wir haben hier viel zu tun. Wie kann es sein, dass Organisationen wie die Caritas 500.000 ehrenamtliche Mitarbeiter haben? 500.000, liebe Geschwister. Und unsere Kinder gehen dort spielen und Freizeit und Hausaufgaben und Ferien und alles Mögliche. Hausaufgaben, Hilfe etc. Wo sind wir in diesem Feld? Und wenn wir herausgefunden haben, wo wir sind, haben wir dann noch das Recht, so eine große Klappe zu haben, was viele Dinge anbelangt. Wir müssen was anbieten. Wir müssen die Menschen durch Taten überzeugen. Nicht durch Broschüren und Schriften und, ja, die wollen etwas spüren. Und dazu sind wir da. Weiterhin, liebe Geschwister, wir müssen uns verstehen, als auf einem Boot, dass wir auf einem Boot sind. Nun möchte ich über die fünfte Lektion sprechen. Wir sollen uns nicht mit wenig zufrieden geben in den religiösen Dingen. Wenn wir ehrlich sind, wir haben alle so eine Art kleinen Deal mit Allah. Die meisten von uns. Wir sagen, okay, ich mache das und das und das und dann bitte bestrafe mich nicht und bitte schenke mir ein gutes, bequemes Leben und bitte verzeihen mir für den Rest. Mehr oder weniger haben viele von uns diesen Deal mit Allah. Sie meinen ihn zu haben. Sie hoffen, ihn zu haben. Stimmt's? Aber das ist auch eine fatale Einstellung. Erstens, wie passt das mit dem zusammen, wie der Prophet Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam gelebt hat. Der nachts betete, bis er Risse in den Füßen bekam und die Menschen ihn gefragt haben, warum machst du das, oh Gesandte Allahs? Dir wurde doch bereits alles vergeben. Und er sagte, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Unabhängig davon, unabhängig von all dem, ob mir vergeben wurde oder nicht, soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Und kehren wir zu den Feinheiten des Korans zurück. Es gibt zwei Passagen, die einander sehr stark ähneln. Vom Inhalt wie auch vom Aufbau. Das ist der Anfang der 23. Sure, der Anfang der 23. Sure und ab der 70. Sure der 23. Vers. Dort werden wir eine Art Auflistung vorfinden, wo über die Betenden gesprochen wird, also diejenigen, die ihre Gebete einhalten, diejenigen, die von ihrem Besitz geben, diejenigen, die sich von der Unzucht fernhalten und diejenigen, die ihre Verpflichtungen, ihre Abmachungen einhalten. Da gibt es ein paar Variationen, die eine Passage erwähnt, die sich von dem leeren Gerede fernhalten und die andere erwähnt wiederum diejenigen, die Angst vor dem Tag des Gerichts haben und die um die Strafe ihres Herrn besorgt sind und diejenigen, die immer ehrlich sind und dann wird wiederholt, dass es diejenigen sind, die auf ihre Gebete achten. Das heißt, vier selbige Elemente und vier Elemente, die sich unterscheiden, aber am Anfang das Gebet und am Ende das Gebet. Das sind zwei Passagen die aneinander ähneln vom Aufbau. Die eine Passage, liebe Geschwister, sie schließt damit ab und die andere 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 diejenigen sind, die auf ihre Gebete achten. Kommen wir zurück in unsere Welt, um das zu verstehen. Wenn wir von jemandem sprechen, der auf sein Geschäft Acht gibt, der kümmert sich um sein Geschäft, ums Geschäft, im Allgemeinen oder von jemandem anderen sprechen, der sich um seine Geschäfte kümmert. Wen halten wir für fleißiger? Derjenige, der sich ums Geschäft kümmert oder derjenige, der sich um seine Geschäfte kümmert? Natürlich denjenigen, der sich um seine Geschäfte kümmert, weil dann stellen wir uns vor, der kümmert sich um jedes einzelne Geschäft und denen geht es ums Geschäft, ja ich kümmert mich auch um mein Geschäft, jeder kümmert sich um sein Geschäft und auch hier, liebe Geschwister, diejenigen, die ihre Gebete bewahren, sind anders als diejenigen, die ihr Gebet bewahren. Schauen wir in die Passage, wo es um das Gebet geht. Allah Ta'ala, er verspricht ihnen, sie werden sich in Gärten befinden und geehrt sein und zuvor, da ging es um Menschen, die bestraft sind, die keine Vorbilder sind, aber diejenigen, die dann diese Eigenschaften erfüllen, sie werden in Gärten sein und sie werden geehrt sein, diejenigen, die sich um ihr Gebet kümmern. Wie sieht es mit denjenigen aus, die sich um ihre Gebete kümmern und wir wissen, dass der Prophet gesagt hat, dass das erste, wonach am Tag des Gerichts gefragt sein wird, das Gebet ist und wenn es gut war, werden alle anderen Taten gut gewesen sein und wenn es schlecht war, werden alle anderen Taten schlecht gewesen sein. Der erste Unterschied, es geht um die Mu'minun, In der anderen Passage fing es damit an, außer den Betenden. Das heißt, die niedrigste Stufe, um sich das Paradies abzusichern, ist die Stufe des Gebets, liebe Geschwister. Die niedrigste. Aber hier diejenigen, die sich um ihre Gebete gekümmert haben, hier geht es um die Mu'minun. Das ist die höchste Stufe der Beschreibung, liebe Geschwister, im Koran. Und was bekommen die? Lesen wir im Koran. Das sind diejenigen, die werden Erben sein. Sie werden Al-Firdaus erben. Das ist das höchste im Paradies. Die höchste Stufe im Paradies ist Al-Firdaus. Und sie werden darin ewig sein. Wir sollten also diesen Deal vergessen. Wir sagen, oh Allah, ich will nicht nur mehr derjenige sein, der so gerade durchkommt, sondern ich will mehr als das. Und der Prophet sagt auch sallallahu alaihi wa sallam, dass wenn man um das Paradies bittet, sollte man um Al-Firdaus bitten. Das ist die Einstellung des Muslims. Lasst euch nicht vom Schaitan überreden, zu sagen, oh Allah, ich bin so ein schlechter Diener, ich bin bescheiden, wenn ich sage, lass mich ein kleines Paradies haben. Nein, wenn ihr um das Paradies bittet, bittet um Al-Firdaus. Und auch wir sollen versuchen, das Meister aus unserem Leben herauszuholen und versuchen, uns zu verwirklichen. Was hält uns davon ab? Reden wir über Hindernisse. Zum einen, wir alle hängen an dieser Welt, dieses Weltliche. Aber hört euch diesen folgenden Koranvers an. Dieses irdische Leben ist nichts als Zerstreuung und Spiel. Es ist nicht das wahre Leben, liebe Geschwister. Aber das jenseitige Leben, das jenseitige Leben ist Hayawan. Was bedeutet Hayawan? Die jenseitige Wunschheit ist aber wahrlich das eigentliche Leben, wenn sie es nur wüssten. So wird es übersetzt. Liebe Geschwister, wir kennen den Unterschied zwischen Rahim und Rahman. Allah Ta'alas Eigenschaft, Rahim zu sein, erstreckt sich am Tage des Gerichts auf die Gläubigen. Aber er als Rahman, er lässt alle möglichen Gaben seiner gesamten Schöpfung zukommen. Das Sonnenlicht, Versorgung, etc. Rahman ist eine Steigerungsform. Fa'alan. Und Hayawan besitzt dasselbe Muster. Das heißt, so wie wir hier leben, wir vergleichen als Erwachsene, vergleichen wir so unsere Lebensintensität mit der Lebensintensität eines Kindes. Und wenn die Kinder lachen, sie lachen, sind überwältigt vom Lachen. Und wenn sie weinen, dann sind sie überwältigt vom Weinen. Und wir Erwachsenen, wir sind, wenn wir weinen, und wenn wir lachen, auch so. Wir fühlen manchmal nicht richtig, im Gegensatz zum Kind, stimmt's? Und wenn wir das übertragen, auf das Jenseits, und wir können es nicht übertragen, es ist nur so ein Versuch, dass wir wissen, wie intensiv das Jenseits sein muss, Allah Ta'ala sagt, Hayawan, dass es durch und durch von Leben erfüllt ist, so wie Ar-Rahman durch und durch von Barmherzigkeit erfüllt ist. Und derjenige, der betrunken ist, Zakran, der ist nicht nur angeheitert, sondern der ist komplett in einer anderen Welt. Das ist es, was auf uns wartet, liebe Geschwister, mögen wir dem entgegenarbeiten. Und der Prophet sagt, ist in Bukharich festgehalten, dass der wohlhabendste Mensch, derjenige, der alles hier gehabt hat, im Jenseits, aber zu denjenigen gehört, die bestraft sein werden, wenn er nur für einen Moment in der Hölle getaucht wird, in die Hölle getaucht wird, er wird gefragt werden, hast du jemals etwas genossen? Und er wird schwören, nein, bei Allah, ich weiß nicht, was Genuss ist. Und derjenige, der das elendste Leben gehabt hatte, im Diesseits, und nur für einen Moment in das Paradies getaucht wird und gefragt wird, hattest du jemals gelitten? Er wird sagen, bei Allah, was ist Leid? Ich weiß nicht, was Leid bedeutet. Das ist das wahre Leben. Und derjenige, der mit dem Diesseits gesegnet ist, er ist an der Prüfung ausgesetzt. Wenn er das Diesseits in seinem Herzen hat, einen bestimmten Wunsch hat, wird er entweder vor der Erfüllung dieses Wunsches damit bestraft sein, weil er will es haben und er hat es aber nicht. Und wenn er diesen Wunsch erfüllt bekommen hat, dann hat er es, aber er ist ängstlich, dass er es verlieren wird. Und wenn er es verloren hat, dann trauert er dem nach. Das heißt, so oder so, wenn man das Diesseits in seinem Herzen hat, liebe Geschwister, man ist in keinem guten Zustand. Man ist in keinem guten Zustand. Deswegen sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah ta'ala demjenigen gibt, vom Diesseits, den er liebt, wie auch demjenigen, den er nicht liebt. Aber den Iman schenkt er nur denjenigen, die er liebt. Ein weiteres Hindernis, liebe Geschwister, sind unsere Sünden. Ein weiteres Hindernis sind unsere Sünden. Und acht Punkte mögen uns dabei helfen, liebe Geschwister, von unseren Sünden Abstand nehmen zu können. Erst einmal, Allah ta'ala, er sagt im Koran, hätten die Bewohner der Städte geglaubt und wären sie gottesfürchtig gewesen, dann hätte Allah ta'ala die Himmel aufgemacht und Segnungen herabkommen lassen. Und Segnungen herabkommen lassen. Und der Prophet sagt sallallahu alaihi wa sallam, dass die Versorgung zurückgehalten wird, verloren geht, aufgrund der Sünde eines Dieners. Das heißt, wenn wir sündigen, unsere Versorgung geht dadurch verloren und der Segen der Versorgung, die wir haben, dieser Segen geht verloren. Weiterhin, Schwierigkeiten im Diesseits. Die Altvorderen, die geehrten ersten Generationen, sie sagten, es war wie eine Art Sprichwort, wenn ich ungehorsam gegenüber Allah ta'ala bin, dann spüre ich das in meinem Eheleben und ich merke das sogar in meinem Pferd. Kennt ihr das, wenn alles irgendwie schief zu gehen scheint? Dann sucht nicht den Schuldigen nach außen, sondern zeigt nach innen. Denn irgendwas will euch Allah ta'ala sagen, dass all diese Dinge schief gehen. Und Ali, er sagte, keine Prüfung, Allah ta'ala, es kommt herab, außer aufgrund einer Sünde. Und keine Prüfung kann abgewendet werden, außer aufgrund der Reue. Und er las folgenden Kur'an-Vers. Und was euch an Heimsuchung, an Unglück auch treffen mag, es erfolgt aufgrund dessen, was eure Hände gewirkt haben. Und Allah ta'ala vergibt vieles. Also wenn das durchgehend immer wäre, dann wären wir in der Hölle auf Erden. Aber weil Allah ta'ala vieles vergibt, hat er bereits vieles herausgefiltert für uns, aber die Lektion soll für uns erhalten bleiben. Ibn Abbas, und wir wissen, dass er der Übersetzer des Kur'ans ist, er sagte, dass die Sünden den Körper schwächen und in den Freundschaften Schwierigkeiten entstehen lassen. Das heißt, sogar in deinen Beziehungen zu den Menschen und sogar in deinem eigenen Körper wirst du spüren, auch wenn du es nicht spürst, aber das ist eine Realität, dass die Sünden dies schwächen. Weiterhin, wenn man eine Sünde begeht, liebe Geschwister, tut man dies anstelle einer guten Tat getan zu haben. Aber gute Taten eröffnen weitere gute Taten. Das Zeichen einer angenommenen guten Tat, das haben wir im Ramadan oft behandelt, ist, dass eine weitere gute Tat dieser Tat auch folgt. Wenn man aber eine Sünde tut, dann verpasst man einen Schlüssel zum weiteren Guten, nämlich eine weitere gute Tat. Und die Gelehrten des Inneren der Seele, sie diskutierten die Frage, was ist, wenn jetzt jemand eine schlechte Tat tut, eine Sünde begeht und dann bereut? Ist er dann auf derselben Stufe, wie er vorher war? Und es gab drei Gruppen. Eine Gruppe hat gesagt, nein, wie kann das sein, wenn zwei Menschen an der Leiter hochgehen und einer wählt, eine Stufe herabzusteigen, während der andere eine Stufe hochgeht? Und dann entschließt sich derjenige, wieder umzukehren, also die Richtung zu wechseln. Vorher waren sie gleich und jetzt sind zwei Stufen Unterschied zwischen beiden. Das geht nicht. Andere sagten aufgrund der Überlieferung vom Propheten Mohammed, dass derjenige, der bereut, wie derjenige ist, der die Sünde zuvor nicht begangen hat, sagten doch, er wird wieder auf dieselbe Stufe kommen. Er wird wieder auf dieselbe Stufe kommen. Und andere klärten, sie vereinten beide starken Argumente von den ersten beiden Positionen und sagten, das hängt davon ab, wie stark die Reue ist, wie intensiv die Reue ist und wie intensiv die Taten sind, wie ehrlich, wie aufrichtig die Taten sind, rein für Allah Ta'ala, die nach dieser Reue folgen. Es kann sogar sein, dass man durch die Reue noch besser wird. Dass Allah Ta'ala noch über denjenigen erhebt, der die Sünde nicht begangen hat und auch nicht aufrichtig bereuen konnte deswegen. Oder es kann sein, dass man auf dieselbe Stufe kommt oder es kann sein, dass man immer noch zwar umkehren darf, aber immer noch im Vergleich zum anderen, der die Sünde nicht begangen hat, hinter ihm liegt. All dies ist möglich. Möge Allah Ta'ala uns eine aufrichtige und gesunde Reue ermöglichen. Das Leben wird kürzer, aufbauend, auf einigen Überlieferungen vom Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dass das Leben kürzer wird beziehungsweise durch die rechtschaffende Tat verlängert wird. Manche Gelehrte erklärten dies, dass tatsächlich die Jahreszahl steigert, sich steigert beziehungsweise weniger wird. Andere Gelehrten sagten, nein, damit ist das Netto-Leben gemeint. Wir kennen alle Brutto Netto, Netto das, was wir am Ende wirklich auch haben und sagten, dass 200-Jährige, der eine, der Allah Ta'ala diente, aufrichtig, der war 90 Jahre alt geworden, weil sein Herz 90 Jahre lang lebte, weil diejenigen, die Allah Ta'alas nicht gedenken sind, tot, wie der Prophet sagt, sallallahu alayhi wa sallam. Und derjenige, der Allah Ta'ala nicht gedachte, außer wenig, der ist gleich drei, vier Jahre alt geworden. Das heißt, dass in dem Sinne sein Leben gekürzt wurde im Sinne von Netto. Das sind zwei verschiedene Auffassungen unter den Gelehrten und Allah Ta'ala weiß, welche zutrifft. Dann, liebe Geschwister, Allah Ta'ala warnt im Koran, Und seid nicht wie diejenigen, die Allah vergessen und so lässt Allah Ta'ala sie sich selbst vergessen. Das sind diejenigen, die sündhaft sind. Wenn wir die Gebote von Allah Ta'ala vergessen, führt das dazu, dass wir uns in Wirklichkeit selbst vergessen und dann zu denjenigen werden, die der Prophet beschrieb, dass der Gläubige seine Sünden so sieht, wie jemand, der vor einem riesigen Berg steht und sagt, ja Allah, aber dass derjenige, der sündhaft ist, der betrachtet seine Sünden wie eine Fliege an sich, die einfach so wegwischen kann. Das heißt, wenn wir die Gebote von Allah Ta'ala vergessen, wenn wir sie weniger ehren, am Ende, wir können, ja, wir nähern uns der Verdorbenheit, dem Untergang, das passiert, wenn wir uns den Sünden hingeben. Das Achte inshallah werden wir aufgrund der Zeit ein andermal behandeln. Kommen wir zu dem, kommen wir erstmal zur Vergebungsbitte. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Liebe Geschwister, wir haben über fünf Punkte gesprochen, die unsere Einstellung ändern mögen. Wir haben über zwei Hindernisse gesprochen, das diesseitige Leben wie auch die Sünden. Wir haben über sieben Punkte gesprochen, die uns dazu bewegen sollten, noch mehr die Sünden zu verlassen. Nun reden wir über drei Dinge, die uns motivieren mögen, die Welt zum Positiven hin zu verändern. Das erste, liebe Geschwister, ist, dass unsere Bittgebete bei Allah Ta'ala angenommen werden. Abu Dharr sagt, und das wurde von Imam Ahmed festgehalten, bei Rechtschaffenheit genügen wenige Bittgebete. In Statt, dass man sich eine Viertelstunde hinsetzt und seine Bittgebete macht, tu zwölf, dreizehn Minuten Gutes, helf deiner Mutter, helf deinem Vater, mach ein bisschen was im Haushalt, stell deine Familie zufrieden, und am Ende mach zwei Minuten Bittgebete. Das bringt dir mehr, als wie gesagt viele Bittgebete mit wenig Taten gleichzeitig. Zum anderen, liebe Geschwister, möge uns motivieren, dass ihr oftmals auf diesem Weg das Richtige zu tun, das Gefühl haben, dass andere viel weiter kommen. Ah, guck, der eine hat gedobt und er hat jetzt dies. Der eine hat betrogen, der ist jetzt dort. Der eine hat dies und jenes gemacht, hat sich in diese und jene Regeln nicht gehalten, jetzt ist er in der Dunja erfolgreich geworden. Manchmal haben wir dieses Gefühl. Eines soll euch aber bewusst sein, wenn man sich auf diesem Weg der Korruption begeht, begibt, dann erwartet einen ein Umkreis von schlechten Menschen. Alle sind Betrüger, alle sind unehrlich, alle sind egoistisch und nur um ihren eigenen Vorteil bedacht. Aber wenn man sich auf den geraden Weg hält, ja, kunuma asor diqin, gehört zu den Aufrichtigen, zu den Wahrheitssprechenden, zu den Wahrheitsliebenden, da wird man eine Gesellschaft um sich herum haben und Freundschaften sind unbezahlbar, die wirklich auch Freunde sind. Die wirklich auch Freunde sind. in der Schlange zur Buchmesse vor einigen Jahren, wo ich auch mit dem Bruder Ibrahim, der jetzt das dritte Jahr der Al-Azhar begeht, insha'Allah, wir standen in der Schlange und alle anderen haben die Schlangen ignoriert. Viele, also viele, nicht alle anderen, sondern viele haben die Schlangen ignoriert und haben sich irgendwie versucht vorzudrängeln. Aber in dieser Schlange, wir haben länger gewartet natürlich, wir haben die besten Menschen kennengelernt. Wir haben richtig uns unterhalten und etwas mitgenommen an Gesprächen, weil wir wollten uns an die Regel halten, Allah ta'ala hat das gesegnet. Und all die anderen, sie mussten das Gefühl haben, dass sie Betrüger sind und dass sie mit anderen Betrügern stehen. Und das ist ein Gleichnis für das Leben, liebe Geschwister. Ihr werdet eure eigenen Gleichnisse in eurem Leben auch vorfinden. Drittens, liebe Geschwister, wir alle, ohne Ausnahme, wir alle, die wir uns hier befinden, schulden jemandem etwas, der verstorben ist. Stimmt's oder stimmt's nicht? Was mit unseren Großeltern, was mit unseren Urgroßeltern, mit dem einen Onkel, demjenigen oder dem anderen, ob nun verwandt oder nicht verwandt, wir allen schulden diesen Menschen etwas. Und was wir wirklich tun können, ist Gutes zu tun und selbst dadurch zum Vorteil zu erreichen und gleichzeitig zu sagen, oh Allah, ich überweise praktisch diese Belohnung für diese Tat an diese verstorbene Person. Das ist möglich. Es gibt nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, die werde ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Es gibt Gelehrte, die sagen, dass sich das bezieht auf vier Taten, nämlich auf Fasten, auf Spenden, auf Bittgebete und auf die Pilgerfahrten. Dass man nur diese vier Taten dazu verwenden kann, um den Verstorbenen praktisch etwas auf sein Konto zu überweisen. was ihm dann im Jenseits zum Besseren verhilft. Dass Allah dies als Anlass nimmt. Und andere große Gelehrte, darunter Imam Ahmad und wir wollen auch diesen Weg unterstützen, sagen, nein, das gilt für alle gute Taten. Und das, was beispielshaft, also das, was der Prophet erwähnt hat, sallallahu alayhi wa sallam, das erwähnt er nicht, um dies einzuschränken auf diese vier Taten, sondern ein Beispiel hier für ein Beispiel dafür und dass man auch weiß, dass dies für alle weiteren guten Taten zu zählen hat. Dass wir uns also auf dem Weg der Rechtschaffenheit begeben. Mit der Absicht auch, gute Taten zu beweisen für diejenigen von den Muslimen, die verstorben sind. Und das sollte auch eine große Motivation für uns sein. Denn wenn wir ehrlich sind, viele von uns, wenn nicht gar die meisten, wir befinden uns hier in diesem Land und haben eine Gesundheit, wir sind versichert in Sachen Gesundheit. Wir haben hier kostenlose Schulbildung. Es geht uns hier besser, als es unseren Eltern und Großeltern und Urgroßeltern in ihren eigenen Ländern ging, was sie als Anlass genommen haben, auszuwandern, die Heimat zu verlassen, um ihren Kindern und Enkelkindern und Nachkommen insgesamt ein besseres Leben zu ermöglichen. Lass uns einen Deal machen mit diesen Menschen. Möge das Halle mit allen verstorbenen Muslimen zufrieden sein. Sie haben sich darum bemüht, dass wir hier ein besseres Leben haben. Jetzt können wir uns darum bemühen, dass sie im Jenseits ein besseres Leben haben. Schließen wir ab mit Worten von Ali, der sagte, heute gibt es Taten ohne Rechenschaft und morgen, und damit meinte er den Tag des Gerichts, gibt es Rechenschaft ohne Taten. Heute, was haben wir? Taten ohne Rechenschaft. Wir können sündigen, noch ist der Tag des Gerichts nicht da, aber wird kommen. Und morgen, das ist der Tag des Gerichts, wird es Rechenschaft geben, ohne die Möglichkeit, etwas tun zu können. Lass uns nun die Absicht fassen, zu denjenigen zu gehören, die etwas tun, mit der richtigen Absicht und gemäß des Islams zu den Salahin zu zählen. Allahumma amin. Ja Allah, bitte verhelfe uns allen zu einem aufrichtigen Leben, oh Allah. Vergib uns unsere Schwächen und unsere Sünden. Helfe uns, aufrichtig zu bereuen und ein gutes Leben zu führen. Verhelfe uns dazu, dass wir fünfmal am Tag in der richtigen Zeit beten und deine Gebote achten, oh Allah. Verhelfe uns dazu, keine Unzucht zu begehen und verheiratet zu sein, oh Allah. Dass wir uns für all diejenigen Menschen einsetzen, die notleidend sind, die bekriegt sind, die hungern, die dursten, die krank sind, die armen und bedürftigen sind, oh Allah. Dass wir all diesen Menschen Hilfeleistung zukommen lassen und dass du uns aufgrund dessen auch segnest. лонia molto gulletend sind,